Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung für eine Methode, mithilfe von Mikrowellen den Luftraum zu überwachen. Dies wird bei Schiffen vor allem aber an Flughäfen eingesetzt, um zu sehen, dass es keine Kollisionen im Luftraum gibt. Es ist eine Abkürzung, die von Radio Detection and Ranging kommt. Richtig gesprochen ist es Radar. Radar. Radar.